hallo und jetzt kommen hier wieder bei new general review server wieder mit einem neuen video heute mal wieder mit der position du bist echt die superhelden schwester wirklich du musst in der nähe vom eingang zum panoptikum im hauptturm sein wo die gedächtnis server sind finde mit dem von madame gestohlenen gedächtnis den weg dort rein warte mal wenn man select drückt und es ist nicht das gleiche alles klar so kurz aufschluckt gerade eben vor aufnahme aber es ist noch latte ich wollte noch mal gucken was wir so als combo haben alles status charakter starten und so finden sie die server der bastille alles klar hier haben wir noch mal einen kleinen helm noch was ich glaube nicht beschränkter zugang die jugendkriminalität alles klar sind wir hier irgendwo ist das wieder ein boss oder so ein halb boss doch nicht holy macaroni was soll das denn jetzt ich dachte das wird kein halb boss fahrt okay er kann auf jeden fall sachen schießen oh komm nein alles klar ich weiß was er macht oh nein ah lol oh nein nein ja komm mach deinen schutzstuhl weg trau dich wenn du willst oh nein so alles klar der war ja gar nicht mehr so schwer ich dachte das wäre jetzt so ein richtig schwerer boss fight das herren hier überlasten und dann war es das auch schon mit den beiden so das sah gerade aus in meiner audiospur als wenn ich komplett auslast würde ok ich glaube für die anzahl oh macht darüber zu verbündeten die alle ziele am boden angreifen um sich dann selbst zu zerstören alles klar öffnen sie erste impression und das auswählen zwischen den verwenden sie eher um zwischen den zielen hinterher zu schalten äh machen wir da boah yo das hört ja mal richtig rein warte mal ich kann ja ich kann ja mal irgendwas machen kurz hier äh ähm ok das habe ich schon verbaut ist mir jetzt mal egal das hier nehm ich mal darunter nein so ne äh so so ein y und so dann habe ich das nein hier möchte ich das ja komm ich habe es gleich so dann möchte ich da das hier drin haben ähm alles klar dann wird ein oh dann wird nämlich eigentlich ok dann wird das nochmal härter ge dingstet aua alles klar ich muss mal ein bisschen lehme haben alles klar nein ok den können wir auch nochmal abschießen ah ah nice so jetzt kann ich das auch schon wieder benutzen nochmal hier so roasted machen das alle angeziehen und roasted ne wie heißt ich denn jetzt keine ahnung wie kann ich das machen alles klar das hat die direkt alle hart zerpimmelt oh shit ich brauche Energie ich brauche Energie ich brauche Energie ich brauche Energie ich brauche hart Energie ok das kann ich auch nicht ansetzen fokus good job nein so ein bisschen hab ich ja schonmal so weg nochmal weg ok vielleicht kriege ich die so schön die Energie wieder schnell genug nein so kriege ich die nicht so ich will erstmal einen nein einen noch weg machen oh 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 aua scheiße scheiße holy macaroni ok alle Zeiten werden wir aus nichts gesetzt ok 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 so können gerade eben kurz nicht reden ach scheiße alles wieder zurück gesetzt dann so einen von denen da oben habe ich aber schon down was sehr appreciatesbar ist weg dankeschön lass mal überspringen ach überspringen genau lass mal nicht kloppen nein so ah fuck 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 jetzt kann ich aber auch mal probieren so zu machen und dann gleich wieder den Roboter zu meiner äh meins machen so zack und du ziehst jetzt einmal wieder alle an boah schießt alle anderen an ok auch nicht schlecht ok auch nicht schlecht ok es hätte effektiver sein können aber natürlich ist er doch jetzt down deswegen ist es eigentlich effektiv genug so dich kann ich mal mit deinem Schild zersetzen komm her komm her so ok dich kann ich nicht setzen äh 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 ich hab mal an denen mein Leben geholt so das war Logikbombe ne ich mach mal so geh mal raus böse oh ist er down? nein benutze jetzt alle Sachen mal irgendwie dran so so ich kann jetzt mal meinen Combo wieder zurücksetzen äh den nein nein den hier kann ich jetzt wieder da ansetzen ne was mach ich denn gerade was mach ich denn gerade man nein äh äh roter Y ja nein fuck ich krieg ja nicht auf die Reihe so da komm jetzt der hin so und da komm jetzt der hin nein alles klar alles klar hier kommt immer noch Leben hier kommt dann Hard Damage rausgepumpt sieht man ja nur ein bisschen Regeneration und äh äh wiederholung erholung wiederholung nein so es hat auch genug gereicht kommen jetzt noch welche oder war es das jetzt ich glaube das war es jetzt ich war in den selben Gänge ja komm ich alles klar dann gehen wir mal zum Reminis ah zum Nennen hat die Hilfe von außen isoliert die Bastille vom Netzwerk hab ich bereits vor zehn Minuten das darf nie wieder passieren Sergeant Vaughn Dr. Quaid ist schuld dieser Blutsauger tut in seinem Labor was er will lass Dr. Quaid da raus der ruft der Bastille hat durch den Ausbruch schwer gelitten ja Madame und gib mir August Dover auf einer sicheren Leitung ich habe Arbeit für sie ok sie hat Arbeit für sie ey das ist Triangel das Dreieck wer es nicht kennt wie hieß das nochmal von ja komm Schnauze das ist glaube ich Triangel ne oder? weiss gar nicht ja ich glaub schon warte uns sogar nur verhaupt selber Reminiszene oh fuck die die splittet sich ich geh mal hier lang so bei der anderen muss ich ja muss mich höchstwahrscheinlich bei der anderen auch nochmal mit synchronisieren alles klar die einzige die hier mit Erinnerungen spielen darf ich bin ich das ist ja Döfte du lol ach da ich wollte schon sagen was müssen wir jetzt machen alles klar ein neuer Combo im Combo Lab ist verfügbar irgendwie bla und so neuer Combo ist verfügbar neuer Combo ist verfügbar wie warten neue Combo ist verfügbar hier ist nichts verfügbar aber was meinen die jetzt warum sind die jetzt eigentlich so ne so ne Spacken ok fülle ich mir grad was ein ne das sind einfach Hologramme ne so mein weg du jetzt die Schnauze äh so ah die sind um einiges schwächer äh schwächer als die normalen aber ich hau die mit einer Combo weg äh dich befreien chill möchte ich weg haben so so Ankommen vollständig ausgeführt oh ok der ist auch weg alles klar Wann ist deine Remini Szene feindselig Etch hier geht etwas ganz komisches ab anderes wollte ich auch grad sagen Etch kann dir nicht helfen Spatz das Spiel hat begonnen und ich bin dran das ist ja relativ doof ich möchte hier ehrlich nicht aufzugehen ich möchte eigentlich wieder zurück Fahrstuhl zum Hauptserver alles klar wollen wir mal hoch kreiert noch Fahrstuhlmusik oder Nellen Nellen meine unbändige kleine Spitzmaus du bist zurück ich bin geschmeichelt warum so aufgebracht Schatz lassen wir die dummen Spielchen komm ich warte ich warte auch gerade ach so Nellen hast du mich vermisst? Nellen nicht schlecht eine eingeklinkte Remini Szene wusste ich's doch dass dir das gefällt ich will mein Gedächtnis zurück alles ist hier du brauchst nur zu schauen ihre Spielchen machen mir keine Angst Madame bald meine Kleine sehr bald alles klar alles klar wo bin ich jetzt? ok was steht da? Memory Unit Trauma Room und Unit A hier ist Memory Unit kann ich den mit drauf drücken oder so? Hi! ok dann nicht hier ist Unit A und hier ist dann wohl Trauma Room ich muss da einfach rüber jumpen ne? ja natürlich so Trauma Room Trauma Room holy ja genau ich habe ein neues Spiel ein besonderes Spiel nur für dich willst du eine Privatstunde? oh shit was ist das denn jetzt? diesmal solltest du für immer bleiben ok nein ok Madame habe ich einmal runtergeholt und ich gib's dir auch nein alles klar was spielen wir noch einmal? was spielen wir denn? wir spielen das Spiel mit dem Krokodil das ist der Krokodok ach scheiße das ist der Flusser man kann sich rumporten die Olle nein ne ok muss sie hier erst ausschalten das schaffst du nicht wie? doch das schaue ich wohl hab ich keine Zweifelung mit na gut wenn ich beschlagen werde nicht ok aua aua warte ich kann mit meinem äh da Logikbombe finde ich nicht du lebst immer noch du lebst immer noch aaa ok ich spawne die neue die Olle nein so einfach geht's nicht nicht? du hast mir das so vorgestellt das wäre toll das wäre super toll wenn es so einfach gehen würde kann ich vielleicht ne kann ich nicht hm schloss drauf kann ich hier oben nicht schießen abschießen so aua 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 die spawnen immer wieder neu ich will in den ersten Schritt auswärts in den Treffer landen dann kriegst du mich nicht ich möchte ja wohl gerne den ersten Schritt landen wenn ich treffe aber das kann ich gerade nicht ich weiß dann immer wie ich töten soll die Olle die portet sich ja immer wieder bekämpfe nicht die Lust mich anzubeten ich würde dich gar nicht anbeten wollen du bist nicht anbetungswürdig kann ich hier irgendwo hoch? ne auch bestimmt hoch nein kann ich nicht Moment mal eben ah ok wenden sie sein sind dort um da aufzuhalten alles klar dankeschön liebe spiel ha ok eine kommt bloß durch ha 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 jetzt kommt nicht die nächste du besiegst mich nicht ok jetzt kommen Bomben dazu alles klar jetzt muss ich wieder sen- sen dos holy shit äh haben das dauert nur so eineinhalb minuten ist ja nichts aua von den eineinhalb minuten sollte ich nicht getroffen werden äh jetzt was wollte ich gerade sagen nicht höchstens du bist ne richtig witzige du Olle ey weißt du mein auf toll zu tun ist aber voll doof so nein so einfach geht's nicht nicht schade warte ich kann ja nochmal aim Lobic Bomben benutzen einfach nur um Mensch und die anderen zu töten da und weil's toll aussieht ich muss sowieso auf mein sen- sen dos warten holy shit das war knapp so einfach kriegst du mich nicht so einfach kriegst du mich nicht das hatte ich schon etwas öfters heute gesagt ne das war gar nicht so und auch wie der es gesagt hat ok 50 Sekunden noch ich denke das krieg ich hier mit meinem hektischen rumgespring wohl hin schön dich wiederzusehen finde ich auch warum muss äh warum sagst du dich die ganze Zeit find's auch sehr schön mich wiederzusehen so jetzt wollen nur noch das nötige sen sen so und dann mach ich einfach so zack so einmal durch zweimal durch ich könnte glaube ich auch gut die hier benutzen die Sachen das kann ich ja nicht ne oder ich benutze dann meine äh Dings meine Waffe alles klar das werde ich gleich mal ausprobieren weil so das was ich owa das was ich jetzt mache bringt relativ wenig weil ich relativ wenig Schaden rausdrücke so einfach kriegst du mich nicht das ist aber schade so die Porten sich die ganze Zeit rum ach nein dass ich das verwenden soll das ist das ist mir neu muss ich aber auch nicht ne so zack zack es ist echt so schön mich wiederzusehen ich glaube das sagt ihr auch Sark- äh Sarkasmus die Kamera wird sehr bescheiden by the way Aua nein so haben wir das aktiviert alles klar die Hälfte ist durch komm Nellen komm Nellen steh auf Dankeschön Sarkasmus da macht die Hälfte weg Geräusche komm zu mir Nellen Arschgeräusche ach nein so oh shit rieche ach scheiße wie groß ist denn jetzt ach Moment du arbeitest mal für mich dein Widerstand begeistert mich Schatz echt? holy shit so so ich hätte Falschkommungen genommen nein Aua er doch nicht du bist mein 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 senkt die Augen vor Madame am Arsch schenke ich meine Augen vor Madame ok wisst ihr was ich meine mache? ich hab erstmal das Falschkommolab ausgesucht und oh ach jetzt ein neue Kombo freigeschalten Dankeschön dass du mir das auch mal sagt so Y äh was mach ich denn? ich kann nur die gleiche Kombo wieder zusammenschustern ist ja doof Y Y Y X X X X X X X X Y ich könnte das aus der nehmen ähm ähm ich lass es erstmal kurz später zu mir so meistens ist sie in der Mitte steht erbärmlich bist du alles klar die haben mir grad einen Tipp gegeben mhm nein wo ist Madame da oben ist Madame so du du zwingst mich nicht wie kannst du es wagen wie kannst du es wagen eine Freiheit nein so so weg hier knie vor mir huldiger mir was soll ich was soll ich am Arsch mach ich irgendwas vor dir so ich brauch jetzt wieder die eine Attacke das Sen Sen Dos diesmal solltest du für immer bleiben ne never forever ne forever never 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 oder was warte mal so wegbombe kurz aktivieren damit habe ich mich selber halb getroffen na ich muss noch mal warten bevor ich sowieso das aktiviere so das habe ich nämlich noch nicht frei das Sen Sen Dos Moment jetzt habe ich es frei jetzt kann ich Madame da oben von ihrem Ton runterschießen und das hier direkt benutzen dann sehr mach schön wat reindrücken ich kann nicht mal angreifen ah terminieren alles klar x was muss ich jetzt drücken y b ah ganz doll adrücken alles klar nölen wir haben Madame getötet we got this ok und jetzt muss ich Madame überlasten Schule ist aus, liebe Madame ok, Force Spammer der Force Spammer bewegt die Retter aus der Ferne indem indem er ihre Kontrollsysteme überlastet und ihre Prozess äh Pro Prozessen eine konstante Menge wertloser Daten entlangt Madame ist ausgeschaltet nimm ihren Force Spammer um die Gedächtnisserver aufzuknacken alles klar ich frage mich gerade warum die nicht umgetreten hat und danach nochmal ähm und danach nochmal so hoch genommen hat warum nicht direkt weil es das treten muss extra nochmal ne so ähm halten sie es für benutzen alles klar wo muss ich jetzt hin Moment mal eben halten sie die Server ein achso da ist das äh hoch nein aber gleich schnell mitgehen nochmal da ran erinnerung Server Dekodierung so muss ich die Nummer nehmen nochmal darüber führen ah nicht ganz darüber führen ne Moment mal eben ach ich kann das da oben ja genau ich muss auch noch hier Bauarbeiter spüren warte so jetzt einmal hier hin freien sie Gedanken der Häftlinge alles klar Ziel erreicht das ist Gedächtnisbefriedungsprotokolle ausgeklingt synchronisiere Backup mit Ursprungspeichermedien du hast es geschafft du hast die Erroristenrevolution neu gestartet alle unsere Kameraden haben ihr Gedächtnis wieder Zelle um Zelle geschändeter Gehirn alle bekommen ihr gestohlenes Gedächtnis zurück die Neugeburt noch niemals sind ihre Köpfe voll Zorn die neu gewonnene Freiheit befeuert vom Hunger nach sofortiger Tat und totgeglaubte Überzeugungen gestärkt in der Gefangenschaft entsteigen sie dem Chaos eine neue Menschlichkeit zu schmieden nichts hält unsere Kameraden auf wo ist mein Gedächtnis? ich fühle nichts keine Sorge wenn etwas hier funktioniert dann ihre Backups deine Zeit wird kommen oh Edge Edge die Wiederherstellung war nur partiell es gibt immer noch Löcher ich fühle es weiße Flecken das war nicht alles komisch vielleicht hat Madame dein Gedächtnis woanders ihn übertragen oh Gott mein Verbrechen ich erinnere mich ich hab ihn getötet es ist als ich mit